Das ist Martina. Martina ist Chef in einer Videoproduktionsfirma. Heute kommt Alex für ein Job-Shadowing zu Martina. Diese Chance hat er sich mit AHA Plus geholt. Nach zwei Drehtagen weiß Alex, dass er in der Videoproduktion arbeiten will und entscheidet sich für ein Regiestudium. Martina freut sich über ihren neuen Mitarbeiter Alex. Es gibt viele Möglichkeiten, jungen Menschen Erfahrungen und Chancen zu eröffnen. Machen auch Sie mit!